Eine ambulante Wohngemeinschaft ist eine Wohnform, die privates Wohnen mit Versorgungssicherheit kombiniert. Ich kümmere mich darum, dass die Bewohner ihre Mahlzeiten bekommen. Wir erbringen auch medizinische Behandlungspflege, wie beispielsweise Medikamentengabe, Verwände, Blutdruck und Blutzuckerwissen. Lieber einmal zu schnell die Feuerwehr gerufen, wie zu spät. In Blindtrop brannte am Morgen weder das Feuer im Kamin noch in der Feuerstelle. Deshalb kam es zur Rauchentwicklung und die Rauchmelder sprangen an. Die Löschgruppen Affeln und Kühntrop sowie die Hubleiter aus Neuenrade rückten aus. Nach Kontrolle durch die Feuerwehr und die Feststellung, dass tatsächlich der Kamin nicht brannte, rückte die Feuerwehr wieder ab.